Du strahlst ja auch. Was denkst du für uns? Ähm, ich hab Das ist dein Leben von Philipp Dittbärmer mitgebracht. Sogar den Namen Kanner. Alles klar. Okay. Geile Nummer, Bruder. Viele fragen sich ja von mir, Nils. Die Optik ist echt gut. Da wird heiß diskutiert. Warum die brauchen so lange? Da schreibe ich zwei Hitze in der Zeit. Das ist dein Leben. Das ist wie du lebst. Ich krieg von mir die Goldene City. Das und dich selbst nicht so verstehst, warum du dir wieder so fremd bist. Und sogar noch Goldene Kopfhörer oben rauf. Warum du den wieder vermisst. Ja, ich hab darauf gewartet, mein Freund. Ja, Giovanni ist zurück. Ja, ich hab ihn gewusst. Ja, ja.